hallo jetzt vielleicht okay er hat das jetzt gehangen ich glaube nicht ich hoffe nicht wenn es jetzt wieder asynchron ist es hat gerade ein bisschen gehangen beim starten aber es gibt keine keine fehlermeldung also es sollte passen ich hoffe es passt wir machen weiter bei super mario maker das letzte mal haben wir das tracks level gespielt und jetzt wollen wir uns endlich den baumeister japan angucken let's go mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen niedrige abschlussrate eine minute welt rekord schauen wir mal was uns erwartet ich habe keine ahnung aber ich gehe bei japan halt davon aus dass es entweder action geladene level oder irgend irgendwas verrücktes irgendwas verrücktes muss es sein oder halt besonders schwierig keine ahnung irgendwie so ich hoffe nicht trollig trollig wäre doof komme ich daran nein also ich muss in die lücke da rein ja komme ich nicht auch so in die lücke komme ich nicht auch so in die lücke da rein oh no ach so oh wait oh wait ich kann ja sowas hier machen ach so ist da ist gar nichts also ich kann ich bin ja auch ein held ne statt dass ich holen wir uns erstmal die münze und dann holen wir uns das hier weiß ich ob ich die alle brauchen werde da unten ist ein pau im wasser ja das kann ich lesen wenn hier irgendwo ein versteckter block ist ne okay da komme ich theoretisch ran das ist ein raumschiff ich erkenne das raumschiff okay die ist simpel das ist ein bus die haben hier unter wasser lauter sachen gebaut das erkenne ich jetzt erst das ist ein flugzeug helikopter ah ja wer kennt sie nicht diese flugzeuge mit einem propeller oben okay cool so far wir nehmen einfach weiterhin das springboard mit weil warum nicht es muss ja den grund geben dass es hier sechs prozent abschlussrate hat W-w-w-w-w-wait Wenn ich da oben rein soll Habe ich es jetzt Gebraked? Habe ich es gerade gecheesst, weil ich das Springboard mitgenommen habe? Huch Oh ja, cool, Bowser ist im Hintergrund auf jeden Fall Wow Da oben ist eine Tür What? Warum? Was ist das? Jetzt ist mein Dings wieder weg Hier, komm her Oh boy, der geht runter Was ist das denn für ein Verrückter? Äh, okay Oh, hier ist ja, hier ist ja Boss-Time in Massen Hilfe Ich will die Blume behalten, dann habe ich drei Schüsse immer Jo, wie viele Boom-Boom sind hier? Auf jeden Fall gleich nicht mehr viele Aber hier sind mehr Bowser, das ist nicht nur ein Bowser, der das hier auslöst Hier ist richtig viel Bowser-Stuff Am Bean Kann ich da einfach oben drüber? Ja, nice Ja Und hier ist einfach das Ziel, oder was? Oh, ich brauche einen Schlüssel Wer von den drei Millionen hat den Schlüssel jetzt? Das ist egal, wenn ich kille Probier den großen Bowser Nein, nicht in die Richtung Huh So, tschüss Wo ist der Große hin? Oh Gott, jetzt ist der da rein Äh Äh Hier, ich könnte meine Blume wiederholen Ja, schmeiß Bomben, ist okay Oh boy Das ist nicht gut Oh, was ein Boss-Kampf, ne? Huh Nein Oh, da ist mein Schlüssel Ich brauche aber die Blume Ich muss mir die Blume zur Sicherheit holen Die ist da unten Ich muss es nur kurz berühren Nice Nice, we did it We did it First try Nice Oh Himmelhilfe First Try Eieieieieiei Was ein verrücktes Level Das geht ja gut los Hahaha Das geht ja gut los So Das sieht schon so ähnlich Das sieht sogar ähnlich aus Ja, let's go 15,23 Das scheint aber einfacher zu sein Okay Ich glaube, wir haben durch das Springboard wirklich einen großen Teil übersprungen Ich wäre ja da normalerweise nicht hochgekommen Irgendwas wäre da bestimmt gewesen Was mich Davon Wieso bin ich denn eigentlich so blöd? Das war nicht was ich wollte Das war nicht ganz was ich wollte Aber so ähnlich Na, jetzt hat er schon wieder daneben geworfen Ja, das wollte ich Springen und tschüss Sehr schön So Schon wieder mit roten Coins Und wieder mit einem Text am Anfang Das ist doch der gleiche Aufbau Nur halt Anders Aber die haben wieder hier Figuren gebaut Da ist wieder ein Raumschiff Jetzt geht's in die andere Richtung Aber irgendwann muss ich groß werden Sonst komme ich nicht an die Achso, das ist eine P-Switch Dings Oh, die kann ich mal mitnehmen Oh, das habe ich nicht Ähm Ah, okay Ah, das ist jetzt nicht ganz so cool Puh Es geht doch Doch, das war cool Da ist wieder mein Ahem Flugzeug Oh mein Gott Schnell durch Schnell durch Ich bin gar nicht da Du siehst mich nicht So, und jetzt komme ich hier oben an die rote Münze ran Ja Aber Ja, wait Chotto Matteo Aber da kommt immer wieder ein P-Switch raus, ne Ja, wie soll ich denn jetzt Ach Mit dem da Ja, okay Alles klar Äh Yay Gut Wir nehmen das Springboard wieder mit Das hat gerade eben schon sehr hilfreich Sehr, sehr hilfreich gewirkt Würdest du Danke Kommt jetzt wieder der Innenteil Oh no Ich muss das Alles Gleich hoch gehen Okay Okay Oh, da kommt was raus, was ich haben möchte Ja, dann ist die Geschichte natürlich klar Oh nice Das habe ich nicht Ich dachte, ich muss hier irgendwie ganz verrückt Ja, dann ist das alles hier Easy going Dann sind wir ja schon wieder oben Ich habe immer noch mein Springboard dabei Kann ich alles gleichzeitig Also kann ich sowohl den Also, oh, es ist wieder dieser Bowser-Boss, ne Nice Dann jetzt kein Springboard mehr Hilfe 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 Da sind schon wieder so viele Ich will die Blume aber noch Blume lassen Oh Gott, ich Wo soll ich denn da Öh Okay, jetzt kann ich durch Jetzt komme ich durch Jetzt komme ich durch Jetzt komme ich durch Äh, hoch Gut, da ist der Kleine drin Ah, ich muss einfach nur den Und aufdrücken Tot 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 Nein Ich treffe nicht Nice Gott Leider kein Springboard mehr dabei Schade Oh, es geht hier oben rein Oh, ne, da gibt es Pi Ach, dann ist unter dem Pi-Dings das Ziel Jawohl Nice Okay Das war das Sehr schön So Was haben wir hier 23 Sekunden Weltrekord 50% schaffen wir es Aufgerundet Ja, das sollte doch dann drin sein, ne Och, Superball Mario Ich mag das Feature nicht Ja Okay, das kann man alles überspringen Hier, wir müssen ja keine Coins sammeln Das kann man auch alles überspringen Achso Ich treffe den auch so Alles gut Easy Let's go Interessiert mich alles nicht Einfach das Level schnell beenden Da, da habe ich echt gerade kein Nerf für Für diesen Superball-Quatsch Das ist nicht so meins So Da jetzt rein Äh Ah, ich muss den Pau treffen Ah Easy Ja, was soll das bringen? Keine Ahnung I don't care Doofes Level Brauche ich nicht Ich mag die Blume nicht Das ist nicht so meins Ich wiederhole mich Macht nix Ne, will ich jetzt auch nicht toll bewerten Ich mag das nicht So Ähm 35 Sekunden 10% Okay Let's go Vor allem, es war jetzt nicht mal herausfordernd Das war Das war ein echt langweiliges Level So 10% Klingt schon wieder mehr nach Wow Hi The fuck War das Hier bin ich nicht richtig Hier bin ich auch nicht richtig Äh Okay That could work Japaner Level Wir nehmen Springboard mit So Nicht sicher, ob ich die zur Explosion bringen möchte Äh Ich würde jetzt erstmal den P-Switch nicht drücken und gucken Ach, das ist einfach nur, um hier Coins zu sammeln, ne? Ich sehe das gerade Ja Nö, braucht er nicht Ich brauche auch keinen P-Switch Nein Tschüss Äh 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 Ah so Lul Nö, 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 nö Was ist zur Helle? Okay Ich habe Angst Da ist ein Pilz Okay Man kann hier einfach runterfahren Es ist alles friedlich Oh mein Gott, yes Gut Das War wieder crazy So Next one 56 Sekunden 40% Okay Ach nein Ich sehe es gerade Bilder, Mario Das ist Augenfeature, was ich nicht mag Es gibt Power-Ups, die sind einfach langweilig Hey, wir brauchen drei Jahre, um hier durchzukommen Immerhin kann er alles kaputt machen Tschüss 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 Muss ich auch bauen oder muss ich nur kaputt machen? Bisher muss ich nur kaputt machen Ich mache so wenig wie möglich kaputt, dass wir hier möglichst schnell durchkommen Oh, jetzt muss ich bauen Wie baue ich denn nochmal? So baue ich Mach so wenig wie möglich kaputt Meme Zerstörte Wand, die er nicht braucht Erst Hälfte Okay, heim Bam 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 Okay Ich war unschlüssig, ob das funktioniert Hä? Ach so Ah, super Nicht gleich da Du bist doch doof, Mann Eins noch Na geh halt drauf Ei, 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 ei So, Ziel Ja, sieht gut aus Ich hätte ihn dagegen werfen sollen Aber ist egal Der hätte dann einfach eine Treppe gebaut Brauche ich nicht Auch dieses Feature ist nicht so meins Aber das Level war zumindest jetzt nicht so langweilig Wie das Blumenlevel So 8,71% eine Minute Das klingt schon wieder herausfordernder 3 Zähnermünzen Okay Oh, und rote Münzen gibt es auch noch Wait Ah Geh mal weg da Ähm Ich war mir unschlüssig Aber es hat funktioniert Nein, ich brauch den, um zurückzukommen Okay Da kann ich auch rein Da ist die letzte So, jetzt stellt sich nur die Frage Ah Ja, genau die Frage stellt sich Aber wie komm ich Achso Oha Wo ist der Hammer, wenn man ihn braucht Das geht echt fix, dass das wieder weg ist Ach, warte Ich mach's falsch Null Ich dachte, ich muss das timen Oh mein Gott Okay, der geht nicht in die Richtung Der geht in die Richtung Der geht nach links Da ist ne rote, äh Ne, 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 ne Kleine Münze, die ich brauch Oh mein Gott, stopp Uh, ich dachte gerade, ich mach Quatsch Okay Okay, der kann mich da nicht zerquetsch Die Frage ist, was macht der Kleine Ah, der Kleine ist jetzt ja weg Oh nein, jetzt macht er das die ganze Zeit Jetzt ist er, jetzt ist er, jetzt ist er, jetzt ist er, lässt er in Ruhe Scheiße, ich hab's befürchtet Mist Oh nein Es hat nichts gespeichert Wir hatten kein Checkpoint Ist das doof Wow Ich hatte gerade kurzzeitig gedacht, ich mach Quatsch Aber es war nur fast Quatsch Achso, ich muss ja so rum Nein Ist das doof, diesen Raum immer wieder neu zu spielen Ah, ist das doof Das war knapp Ah, ist das doof Ach, ich brauch den ja So Alter, ich dachte schon Das passiert wieder So Finden wir erstmal den Checkpoint Das wäre jetzt die erste Frage, die ich habe Wohin geht der zum Beispiel Der geht nicht nach unten Dann geht er nach links Rechts meine ich natürlich Ah, das geht nur von der anderen Seite Ist ja auch schon wieder blöd Das heißt, da kann ich auch nichts machen Ich muss hier runter Das ist der erste Weg Ich kann keinen anderen Weg gehen am Anfang Dann verschiebe ich den definitiv da rüber Ah Jetzt geht der hier rüber Oh Gott, ich hätte gerade wieder Um ein Haar hätte ich gerade wieder alles verschoben Okay, er schiebt mich hier hin Alter, das ist Ich muss an die Münze rankommen So Einfach runter Okay Der kann da oben Quatsch machen Der müsste Wieso kommt der jetzt nicht mehr zur Ah, weil er wieder dahin gewandert ist So Jetzt ist er wieder da, wo ich ihn haben will Nein, 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 nein Oh Gott Ich dachte gerade ganz kurz Es passieren Dinge So, jetzt geht der hier rüber Und dann kann ich hier durch Oh Gott Das wäre Schon wieder fast gewesen Okay, der geht zu mir Aber der kann hier nicht Da kann er nicht Hier kann er nicht rein Ich muss erst in die Lücke Und dann Nee, da komme ich nicht durch Aber da unten Hä? Ah, der muss den aus Verstanden Der muss den auslösen Und da ist das Ziel Und jetzt schiebt er den hoch Jetzt kann der da oben nichts mehr Aber der da unten kann mich jetzt noch mehrmals killen Wenn ich nicht aufpasse Komm her Weg, 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 weg Oh, Gottes Willen So, der kann mich mal Der kann mich mal einfach raus Oh, das war ein Level Das war ein Level Ei, 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 ei Ganz ohne Checkpoint Das war nicht so schön Huh So, und dann haben wir hier noch 5%, 50 Sekunden 30 Minuten haben wir schon Aber das eine Level in Japan Dann machen wir jetzt noch Dann haben wir Japan Auch wieder in einem Part weg Mein Gott Oh, nee Ich mein, okay Ich dachte jetzt erst Ich muss die durchschicken Vorher und dann hinterher Aber Bisher passt es ja Ja, und was soll mir das jetzt nützen Der muss andersrum Fuck Also nochmal Das kann ich noch alles selber regulieren So, aber der muss dann so Verstanden Okay Checkpoint Ich hab da nicht drauf hingeschaut Was da kommt Cool Voll drauf reingefallen Okay Oh Gott Are you serious? Aber bisher funktioniert das Bisher sehe ich auch nichts Was hier schief gehen könnte Die Coin interessiert mich Nicht mal ansatzweise Gut Man könnte sie sich jetzt Aber nein Zusätzliche Challenges Müssen nicht sein Okay Nein Nein Ich hab's gemerkt Als ich den Sprung angesetzt habe Dass das nicht so klug war Zu bald Okay Könnten wir mit dem Wandsprung sogar retten Stimmt Da muss ich gar nicht warten Ja, ja, ja Da muss ich gar nicht warten Nein Nein Okay, auch das könnte man retten Aber das ist vielleicht ein bisschen zu risky Nicht nachgedacht So So Wieder in der Hürde Diesmal ohne Quatsch Ach, in der Höhle hab ich ja gar keinen Quatsch gemacht Das war dann schon wieder draußen Richtig Richtig Ziel Ziel Klar bin ich vom Ziel gestorben Natürlich Warum denn auch nicht Ach, ja Gut, 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 gut Gut, 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 gut So Damit haben wir Alle offiziellen Baumeister Bis auf NM durch Ich werde aber NM trotzdem auch noch spielen Aber nicht jetzt natürlich Mach mal schon noch Das machen wir schon noch Ähm Jetzt Erstmal Schluss mit der Aufnahme Ich wollte nur kurz aufnehmen Das habe ich getan Dabei kam das Trackslevel raus Ich wollte eigentlich nur Japan aufnehmen Und Falls US noch was gefehlt hat Aber bei US hat nichts gefehlt Jetzt sind es zwei Parts geworden Das ist okay Jetzt muss ich aber aufhören Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.